Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Planslos Zombies Garden Warfare mit Gens, Anne, Shiva und Kapuze. Hast du mir grad auf den Hintern geguckt, Dalu, als ich mich auf den Presslufthammer geschwungen hab? Ich wollte grad mit anderen auf. Ich schwung hab, ich wollte grad den Tackle machen. Da oben ist einer, da oben drauf. Töte ihn. Oh, ich seh ihn nicht. Da oben, ey, wird gecricket. Und ich hab ja vergessen, ey, der benutzt ja einfach die Standardklasse, ey, das ist von OP. So, damit hast du jetzt wieder. Ich hab euch den Teleport aktiviert, Leute. Bitte nutzt ihn. Er war sehr teuer. Ich schieße willkürlich durch die Gegend. Ah, mich hat er gesnipert. Ich bin hier der Supporter wieder, ey. Shiva hat mich gekillt. Shiva ist bei den Pflanzen? Ja, ich meine. Nein. Ach so. Ich bin hier voll der Footballspieler. Ah, du bist der? Mit der Eins aufm Gomp. Was sagst du, was ist dein Urteil bis jetzt? Ich schieße durch die Gegend, willkürlich. Das ist gut. Das klingt gut, das klingt ausgezeichnet, Soldat. Ey, geh doch mal aus dem Weg hier, Junge. Ja, ich schieße einfach auf alle. Da ist Dalu down. Der ist hinter dir, Granz, die ganze Zeit schon. Ey, das war ich gar nicht. Nein, die Pflanze war aber, die mich erschossen hat, war hinter dir. Ah, okay. Ey, wieso kommen diese Scheiße? Da ist schon wieder so ein Scheiß. Schnapper! Der Cricket-Spieler hält einfach mal wenig aus. Ah, ich hab dich gerettet, Kapuze! Echt? Das warst du? Ja, hier, ich bin der Bauarbeiter. Du bist der. Ich hab auch auf ihn geschossen. Oh, los! Ich bin tot. Ich bin auch tot. Nein, und die haben ein Zom-Bot auch noch getötet, ey, ihr Monster. Die trauen sich was. Schnell alle durch den Teleport, Leute. Ich hab ihn wieder aufgebaut für euch. Ich hab irgendwas geteilt, glaub ich. Das war nur ein Pilz. Aber wir sind es nicht so geil, fällt mir grad auf, gell? Ja, kommt noch. Wenn ich erstmal mit meinen Drohnen... Ich kann's ja nur für dich reden, ne? Ich muss ja erstmal meine Base aufbauen. Jetzt hab ich eigentlich alle Fähigkeiten. Ah, schon wieder so ein Skiller mit seinen Scheiß-Schnapper. Hier, der Turm ist jetzt schon Level 2, Leute. Dieser Airwix-PL-Killstand, yeah! Das hat er mich auch noch... Ah, ne. Ich hab ihn getötet. Aber ich bin gleich tot. Hey, hey, hey! Beschütz mich mal kurz hier! Hier, komm hier hinter die Wand, Anne! Hier! Stell dich hier hinter! Hinter die Cricket-Spieler! Oh, Level 3 ist mein Geschützturm jetzt! Mit Raketen ist es jetzt schon ausgestattet. Bette, ihr kommt rein in die Zone! Zack! Geil, ey! Danke, Pantizen! Thank you! Ich? Oder was? Ne, hier, Pantizen! Nein, da kommt eine Pflanze! Der Teleport steht, Leute! Der Teleport! Kommt durch den Teleport rein! Wer ist denn der Teleport? Wer kann den Teleport legen? Ich hab den explosiven Wicht beschworen, ey! Ach, da ist der Teleport! Der ist super, der Teleporter! Da siehst du, da haben wir es, ey! Los, Leute! Schnell! Alle auf ihre, äh... Alle auf ihre... Na, shit, tot! Auf ihre was? Auf ihre Presslufthämmer! Auf ihre... Auf ihre... Auf die Presslufthämmer! Auf die Presslufthämmer! Ah! Die Miene! Kartoffelmiene! Präglich! Kartoffelminen verstoßen gegen die Genfer Konvention! Bitte nicht mehr einsetzen! Du lebe mich wer bitte! Da! Au! Da war noch ne Kartoffelmiene! Hahaha! Du lebe mich wer! Das gibt's doch nicht! Ich bin tot! Ich wollte die Arbeit, da war noch ne Kartoffelmiene! Da war, da war ich grad irgendwo zum Scheißhulladen und mir vorbei gelaufen! Wo ist der neue Teleporter Grandz? Ich bin tot leider! Kann man sie... Kann man entscheiden, wo der Teleporter hingehen soll? Nein! Nein, nein, der ist vorgegeben. Chile! Das ist eine Walnuss-Radarschusse. Die Kartoffel-Mine. Oh, Anne ist hier losgerockert. Anakin. Hab einen! Wo ist der Teleporter, Grant? Ja, Jungs, immer mit der Ruhe. Wer ist das? Ein explosiver Wicht ist unterwegs. Was, wolltest du den Helden spielen? Ja. Ich wollte nicht kaputt leben, aber das hast gar nicht so. Nee, ich wurde vom Schnapper geschnappt. Schnapp, schnapp. Klar wurde es. Anne, hinter dir! Ah! Dass der Schnapper so einen dicken, fetten... Ja, ich hab deinen Tod immerhin gerecht. Schnappen kannst. Alle sind Schnapper, ey. Das ist natürlich geil. Ja, natürlich, die wollen ja auch gewinnen. Hinter uns! Ach ne, das war unser. Shiva, ey. Wir haben nur 5 Abschüsse, das ist so kacke. Sexy, ne? Freistoß! Schön den Weg freimachen, Dalu. Hier vorne links ist der Teleporter. Ah! Da ist er tot. Lauf, Shiva! Explosive Mine! Schilly! Schilly! Too late! Du standst im Weg! Aber... Da haben halt schon Probleme gegen... Wie Wave. Ja, wir kennen die Map doch auch nicht. Das würde nix sein. Das hier ist die schwerste Ecke. Also genau... Okay, ich starte die Drohne, Leute. Das gibt sich hinter ihm! Er sieht's nicht. Wer ist denn dieser Grand's IP? Der ist richtig gut, ey. Okay. Ich hab den mal irgendwo in der Anstalt gesehen. Da, Lungerke, der ist rum. Okay, ich hab den Pylonschlag noch gemacht. Hast du schöne Augen, Grand's? Ja. Da seht ihr wohl, der Pylonschlag hat jemanden erwischt. Ja, der kann durchs Haus schießen, die Sau. Geil, Double Abschussserie. Los, Leute! Ich bin in der Zone! Anne hat jemanden beschworen. Sehr gut. Äh, Grand, ich nehm jetzt den, was du machst. Ja, der macht richtig Spaß. Das ist der Ingenieur, oder? Ja. Dem Ingenieur ist nix zu schwer. Ja, ich hab den Maler halt. Wir brauchen... Es bringt doch nix. Wir waren nur Soldaten. Nein! Und immer noch kein Teleporter ist vorbei, ey. Sau! Doch! Teleporter ist aufgebaut! Ich bin sofort da, hier! Hier wird geschnappert! Nicht gut! Wodurch bin ich denn jetzt gestorben? Hä? Das Stachelkraut tötet? Das macht damage! Geht durch den Teleport, bitte! Wie kann ich... Achso, ich hab noch gepressen auf Flammenloch gar nicht, oder? Nee, den musst du erst freischalten. Okay. Eine Minute, ne, Leute! No! Doch, doch! Ach, komm! Voll das Gemetzel hier! Ja, wir schaffen nicht! Doch, das schaffen wir! Raus jetzt! Alles klar, ich geh raus! Alles klar, ich geh raus! Nein! Gut abgefangen, Anne! Da steht so ein dicker Ingenieur vor mir rum! Das war ich! Dein Arsch guckt halt aus der Hose! Ich weiß, und ihr guckt alle immer hin, ey, ihr lebt so notgeil! Ey, wo kommt der Fresser her? Ja! Das ist das neue Wort für Schnapper! Ach, ehrlich? Friends, dann scheiß ich Ihnen aber noch keinen Schaden mit links ging! Ja, ich weiß! Du musst halt die, die Drohnen und alles nutzen! Die hab ich halt noch nicht! Der Teleporter steht noch immer, ey! Drei Leute mit einem Wicht-Kiki-Töte, denn keiner macht was aus meinem Team, ey! Mein Team, ey! Mein Team, ey! Kommt schon, ich werfe noch mal einen Stun! Das ist vorbei! Das ist vorbei! Ne, ne, das sind zu viel Krims! Kommt! Das ist die Extra-Zeit! Leute, rein jetzt in die Zone! Leute! Wieso geht denn da keiner? Jetzt kommt schon! Los! Los! Alle durch den Teleport! Ich wohnt schon wieder von nem Fucker, ey! Ich hab einfach mal hier ne Miene reinge... Oh, der Wicht-Kick! Guck, oben rechts! Ich hab alle... Los! Rein in die Zone jetzt alle! Leute, die Zone! Wir schaffen's! Wir schaffen's! Wir schaffen's nicht! Ach, da ist er nicht zuversichtlich, ey! Was soll das denn, ey! Realistisch, mein Gott! Deine negative Stimmung! Das hat alles runtergezogen! Ja, hat alles runtergezogen! Aber ey, dein negatives Karma! Ja, jetzt können wir ja beim Scoreboard gucken, ey! Das negative Team hat mich hier runtergezogen, ey! Hallo, ich hab einen Kick gemacht, der war spielentscheidend! Ja, ja! Was hol ich mir nicht? Ja, das ist ja das Tragische, Anne! Der war spielentscheidend! Ja, der hat uns aber nix gebracht! Wir brauchen ein paar neue Pflanzen! Du... Du hast nix gebracht! Für mehr hat's jetzt gerade nicht gereicht, als Konter! Ich hab... Du... 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 Also, ey! So, man kann die Topfpflanzen hier kaufen! Ja, ja! Die kriegst du auch so immer in diesen, äh... 20.000 und 30.000 Affects mit dir auch dabei! Hm! Das... Die ist super... Ich bin zu gierig! Ich muss immer Nachschubspacks holen! Echt? Damit es überhaupt ein paar Sticker öffnet, ey! Nein! Der Stickerlade ist geschlossen! Der Laden hat geschlossen! Was soll das denn? Der Stickerlade hat geschlossen! Der Stickerlade hat geschlossen! Der Stickerlade hat geschlossen! Ich mein... Ich hab mein Album noch nicht voll, ey! Ich hab... Mir fehlt der Rondal, du, na? Ach, Mann, oh! Schon wieder die Hauptstraße! Jetzt aber auf anderen Seite, ey! Nur Pflanzen, ey! Und zum... Ach, Mann! Die taktische Gurke ist fast bereit! Die taktische... Ich... Ich... Ich muss immer meine Charakter anpassen! Ich nehm Kaktus! Das ist doch der Sniper, oder? Ne, das ist der mit der... Äh, mit der anderen Drohne und alles! Nämlich... Ich hab bis jetzt immer nur die... Erbsen und den Schnapper probiert! Ach, die Runde beginnt noch gar nicht! Ich wundere mich schon, warum ich hier keine... Jetzt beginnt! Jetzt beginnt! Jetzt beginnt! Ich hab ne extra Verbesserung für den, äh... Ich weiß nicht, was die macht! Extra Blei! Was? Shiva, was machst du da? Nein, ich bin nicht Traitor! Was ist das Spiel? Okay, die 30er Packs bringen mehr, weil da verbesserst du auch noch deine Fähigkeiten mit! Ja, die 40er geben dir halt einfach nur ne neue Klasse! Am Anfang ist es cool halt mal so ein bisschen... Das 30er Paket, ich hab jetzt extra Blei bekommen, meine Kugeln machen jetzt mehr Damage! Ja, da kriegst du halt so, ähm... Ja, wie will man's nennt? Traits oder so? Ey, wer will mich hier mit so einer Bombe abschießen? Das gibt's doch nicht! Ich bin doch auch ne Pflanze! Chili Freistoß! So, jetzt spiel ich den Kaktus! Da ist schon einer drauf, Leute! Der ist weg! Aber der ist doch eh voll der Sniper, der Kaktus! Ja, aber ich würd halt eher die Kartoffelminen umlegen und so... Da kommt gar keiner überlegens, der Sheriff ist in der Stadt! Woran bin ich denn dann gestorben? Der Sheriff hat nicht gesagt, dass er Leute verteidigt! Du bist Sheriff! Er ist zwar in der Stadt, aber er macht halt nichts! I shot the Sheriff! Oh shit, da ist einer in der Zone! Jeffermann ist in der Zone, Leute! Tötet ihn! Da ist Wissenschaftler in der Zone! Da gibt Chili in der Zone, ey! Da haben wir wieder random Chili, ey! Hat sogar wieder einen gekillt, ey! Chili killt immer! Ja! Putzenwurm, lass doch nicht den Football-Star! Das war meine Mine! Voll geil, der springt halt über den Zaun und fliegt wieder weg! Ja, ja, das war meine Mine! Da sind ganz viele Football-Stars da! Erstmal die Puppen! Ja, mach mal weg hier! Ja, da ist er alleine! Oh, der Rocket Launcher! Krass! Aber vielleicht läuft er meine Mine rein! Oh, ist sie da irgendwie! Der Wicht-Kick! Aber ich würde gönnen sie ihnen, dass sie mal in der Runde weiterkommen, weil sonst sie muss so schnell vorbei! Chili! Gönne ihnen gar nichts, gönne ich ihnen! Ha, sauber! Der Kornschlag hat wieder Leute erwischt! Du musst die Drohne freispielen, Kapuze! Ich bin der Kaktus! Ich weiß, der hat doch die Drohne! Achso, ne, ich hab's ja noch nicht freigeschaltet! Da will einer den Teleporter aufbauen! Sehr gut, der ist tot, ey! Kaktus ist schon geil! Ja, er macht Laune! Sie kommen! Weil er noch stark ist! Sie kommen! Nein! Oh, da liegt jetzt dicker Chili drin! Da liegt jetzt dicke Chili drin! Und zack! Chili schlägt wieder zu! Oh, cool! Ich hab jetzt diese Nüsse, die ich legen kann! Was? Ich sag mal, meine Nüsse! Oh! Oh! Ich versteh nicht, was so geht, den Kaktus aufbauen! Oh! Ich hab's gegen Kaktus! Aber ich finde die normale Erbsen-Kanone besser! Ja, ist ja auch! Die normale Erbsen-Kanone ist die beste! Ich dachte, der Schnapper ist die beste! Ich dachte, der Schnapper ist die beste! Der Schnapper ist ja für die Anfänger, für die Kids und so! Und für mich! Für die Leute, die halt keine kriegen und dann sagst du deinen kleinen Bruder, ja einfach, wenn der Gegner über dir ist! Okay! Dann ist es mal! Beim Schnapper steht noch so, als kleiner Text, dann brauchen sie in ihrem Leben auch mal wieder ein Erfolgserleben! Dann spiel sie den Schnapper! Genau! Ich hab den Flammenkantus vorhin! Ich hab den Flammenkantus vorhin! Die war noch da, sag gar nichts mehr! Voll im Element! Die schnappt sich hier grad die Leute! Gar nicht! Ich bin schon wieder tot! Ich hab hier leider keinen schönen Punkt, wo ich mich hinstellen kann, um die abzuballern! Wenn ich als Kaktus ne Miene leg und dann noch eine, verschwindet die dann? Nein du da drei Stück kannst du legen. Na komm welche über rechts? Und wenn ich sterbe sind die Minen weg oder bleiben die? Die bleiben meine ich. Diese Map hier, also die Ecke ist so schwer für dich. Der Weg ist zu weit. Naja der Teleporter ist gar nicht mal so schlecht platziert. Der Pulsenwurm hat mich gerecht. Was? Ich belebe dich! Mach schon! Ich belebe dich! Aber doch nicht mit den Stacheln! Ja! Wir werden beschossen! Weißt du von ihm lässt du dich wiederbeleben? Ja! Du stinkst! Gesundheit! Oh ich hab die Knoblauch irgendwas. Das ist die Drohne glaube ich. Ja das ist die Drohne die ist richtig gut kaputt sind. Muss mal probieren. Die hat den Kornschlag. Oh wer sniper denn hier rum? Ach das kommt von da. Oh wir sind beide erschossen worden. Ich hab's gemerkt aber jetzt kommt meine Drohne jetzt ist Ruhe. Wo muss ich denn die... Achso. Ne das ist die Drohne. Aber ich kann dir jetzt fliegen? Ja. Ich dachte das ist so automatisch. Ich dachte das ist so automatisch. Uaah! Oh lol die wurde wohl mich schon kaputt gemacht. Da oben in diesem Haus ist er. Toll der Kaktus hier hat zwei Eisquera. in der Hand. Und den Teleport da unten hingestellt. Die haben den Tele-Prompt da. Komm mal wieder die Kampagne zustande, oder? Da kommt jemand. Anne, du brauchst Heal. Danke. Hier. Ich bin voll das wertvolle Mitglied der Gesellschaft diesmal. So, jetzt kommt die Knoblauchkrone. Nein! Oh, ich hab so lange überlebt. Ich hab acht Kills gemacht. Deatherman is in der Zone, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Haltet sie auf. Der eine hat einen Delfin, ey. Als Waffe. Ja, Delfin! Der Sonnen-Pharao ist auf eurer Seite, Leute. Kornschlag! Vorbei, vorbei. Da haben wir's. Sehr gut. Easy Game. Die Apartments haben wir behalten. Sie können uns. Die Adepad nicht am Boden. Das war's aber schon wieder alleine. Es ist vorbei, ey. Oh, Kapuz ist wieder er. So ein Schwachsinn, ey. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.